So, und weiter geht's direkt mit, ähm, dem letzten Boss, dem Whitney-Wittys wie... Oh, guckt euch diese Grimasse an. In your face. Hell yeah, he's bad. Und Windy, Windy ist weg. So, die Göttin. Die Göttin des... Wie hieß die nochmal? Irgendwas wird zäh, aber ich liebe diese Musik, die ist so göttlich, sie ist so scheiße geil. Orgelmusik, sowieso, ich liebe Orgelmusik. Ich könnte mir die ganze Zeit diese Musik anhören. Aber egal, gut, wir müssen los. Äh, Charbet, yes, komm, meine Eis-Fee, du schaffst es, wir glauben alle an dich. So, und wieder haben wir diese epische Musik, und... Kombo-Man! Und sie bleibt total unbeeindruckt. Scheinbar. Sie lacht nicht nur hemmisch. Ja, hör auf, so scheiße... Ja, komm, ist in Ordnung. Jetzt krieg ich direkt wieder alles zurück, oder was? Na, gut, so viel war das nicht. Oh, oh, oh. So, eine scheiße Lache. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ah, ah, nein, nein, nein. Ich hab... Ah, ich... Okay. Das waren... Es waren nur 38 Sekunden, und ich bin gestorben. Ah! Was mach' ich denn hier? Das, 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 das... Das war nicht so geplant. Scheiße, zwei meiner Lieblinge sind weg. Mach du mal hier, Meeresfee. Du gehörst für dich zu meinen Lieblingen, aber egal, wir setzen alle unsere Hoffnung auf dich. Nein. Ist das halt Stress hier? Zack, zack, zack. Verdammt, verdammt. So, und so. Ähm, 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 ähm. So. Oh Gott. Ich freu' mir den Keks hier. Wenn die kaputt ist. So, egal, wir schaffen's tief, weil ich spüre es. Deutlich. So. Ja, das sieht gut aus. Das sieht, das sieht scheiße aus. Wir können keine Kombo wählen. Doch, hier. Und da unten direkt. Ah, nein, du verdammter Stein! Hast mir meine Kombo zerstört. Ich wollte nämlich doch da rüberschieben und so, und dann wär das voll toll gewesen. Und hell, yeah. Und alles. Wir backen Kekse und sind froh dabei. Ja, lala. So, so, so. 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 Ähm, zack. Ha, toll. Gratulation. Und kabam. Lalalala. Und Kombo, Kombo, Kombo. Ich rieche eine Kombo. Und hier rieche ich keine Kombo, aber hier rieche ich einen Stein, den wir schieben können. So, zack. Und da und hier und bumms und hast du nicht gesehen. Und komm, zack, hau rein. So. Yeah. Es läuft gut, aber wir müssen trotzdem wieder ein bisschen höher mit unserer Leiste. Und ich krieg hier... Ah, doch. Ah, ich wollt grad sagen, ich krieg hier keine vernünftigen Kombos mehr zustande. So, jetzt, das ist dein Ende. Verdammt, nein, ist es nicht. Die ist aber noch ganz weit unten. Was ist das denn? Mh. Okay, ähm, Anstrengung. Sui, streng dich an. So. 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 Und zu langsam. Das wäre eine Kombo gewesen. Genau wie hier wieder zu langsam. Und hier, verkackt. Und scheiße. Oh, es wird immer schneller, wie ich sehe. Okay, jetzt kriegen wir zwei Silberbalken. Das ist gut. Wir müssen abbauen und es wird immer schneller. Äh, 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 äh. So. Ah, heilige. Okay, okay. Und bam, Fimber. Und nochmal. Bam, Fimber. Und, äh, Kaltfimber. Doch, doch, Fimber. Fim, 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 fim. Kombo. Ja, ja. Stopp. Du. Yes, die Meereselfe-Fee. You are dead. We won. Hell yeah Ah, japanisches Gelaber So, gut Drei Videos, wie ich das richtig sehe, sind das jetzt So, das war mein erstes kleines Nebenprojekt Und Naja, es werden vielleicht Noch ein paar kleinere Projekte kommen Ich hoffe, das stört euch Wenn es euch stört, dann sagt es mir Dann werde ich mir schnellstmöglich ein Großes Spiel Ein Spiel, was man wirklich durchspielen kann Was an über 10, 20 Videos geht Schnappen und dieses durchspielen Ähm, gut So, die Feen feiern jetzt Juhu, wir haben sie gerettet Da ist sie und das ist in Wirklichkeit, glaube ich Lips Mutter oder so Cornel Con Yeah, jetzt ist sie Psychopathischer Blick Wollt ihr den Abspann haben? Ich weiß es nicht, wollt ihr den Abspann sehen? Ich meine, es bringt nichts Wen seht ihr es nur, Bilder Die abwechselnd ihre Münder bewegen Wir drücken einfach mal Nein, das tut sich nichts Mhm So, kleinere Projekte Ja, wöhm Ein paar davon kommen noch, aber Ich verspreche euch, nein, das wird nicht so bleiben Keinesfalls Auf gar keinen Fall, nein Wie gesagt, ich wiederhole es gerne noch einmal Aber Ich weiß momentan echt nicht, welches Spiel ich Also, wie gesagt Ice Climbers und The Boy and the Blob Aber The Boy and the Blob Ich möchte Funk erst mal eine kleine Eingewöhnungszeit lassen Und, äh Ice Climbers möchte ich zu zweit durchspielen Nicht alleine Deswegen überlege ich gerade, was ich alleine noch spielen könnte Deswegen mache ich jetzt erstmal hier so ein paar kleine Projekte Aber vielleicht am Rande ist das ja auch ganz was Schönes mal Ja, komm, ist in Ordnung Oder ihr köppt mich da für dich Lip Yeah Lip, ah, übrigens Vermutlich kennen mehr Leute von euch, als ihr denkt Diese kleine Fee, zumindest ihren Gegenstand Was sie in der Hand hat da Ist der Lipstick Und der Lipstick ist ein Item, welches schon in Super Smash Bros. Melee Und in Super Smash Bros. Brawl Ein Spiel, was ihr alle, nehme ich jetzt einfach mal an, kennen werdet Da kommt dieses Item vor Ja, es zaubert dem Gegner so eine nübsche kleine Blume Die ihm permanent Schaden macht auf dem Kopf Das ist ein ganz nütter Gegenstand, wenn man es mag, mit Gegenständen zu spielen So Was laberst du da jetzt noch ein bisschen? Den Elfchen, Fee Sie lacht jedenfalls Das freut uns doch schon mal, oder? Hallo Kleines So, ah Abspann Ja Okay Die Credits Panel de Pon Können wir uns hier wieder so toll bewegen? Ne, keine Ahnung Creative Staff Ach ja Das ist wohl mein kürzestes Let's Play aller Zeiten Drei Videos Hurra Oh ja Aber die Musik ist schön, also ich finde die schön So, ich werde mir jetzt als nächstes, ja Ich habe hier noch ein paar Kurze Spielchen, sage ich mal, habe ich hier noch rumliegen Mal gucken, was ich mir davon als nächstes grabben werde La 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 Ach, der Abspann, ja Keine Ahnung, was soll ich noch sagen Das hat jetzt, wie lange gedauert, noch nicht mal eine halbe, noch ungefähr eine halbe Stunde Und verdammt, ich hoffe, der Abspann geht nicht mehr allzu lang, weil ich habe nur noch Nur noch hier, ich bin schon bei 8.20 in der Aufnahme Das heißt, ab 11 Minuten muss ich so Schluss machen Und ich muss am Anfang im Video sowieso ganz blöd schneiden, weil es über 11 ist Weil ich nicht auf Pause drücken konnte Ich habe den Startknopf irgendwie nicht belegt Oder irgendwie sowas muss es gewesen sein Und falls da hinten sehe ich da gerade erst jetzt Die Gesichter auf dem Felden sind verschwunden Und die Blume da am See ist aufgegangen Hell yeah Das wird wohl unwahrreich sein Das reicht der lustigen kleinen Elementarfeen Ich wollte auch schon immer auf den Regenbogen laufen Oh ja Genau wie es Yoshi tat Tetris Attack Ich liebe dieses Spiel einfach, ich weiß nicht Ich glaube, ich spiele es jedes Mal Wenn mir langweilig ist und ich zu Hause sitze und nicht weiß, was ich tun soll Der erste Gedanke, der mir kommt Komm, spielen wir ein bisschen Tetris Attack, Attack, genau Allerdings, Panel de Pon habe ich Also, naja, Panel de Pon, es ist ja das gleiche, aber Irgendwie ist es eine ganz nette Abwechslung Auf eine gewisse Art und Weise Oh ja Ich würde gerne mal die Nachfolger von Panel de Pon spielen Weil für Gamecube ist eins rausgekommen Aber, naja Keine Ahnung, wie soll ich das jetzt spielen? Auch für Gamecube ist das hier nie rausgekommen Panel de Pon Masafumi Sakashita Fujiki No Maru No Mura So, genau Es gibt noch sehr viel mehr Auswahlmöglichkeiten hier bei dem Spiel, sag ich mal Aber man kann auch Puzzle spielen Und Stage Stage Super und scheiße Unsere Aufnahmen Wir haben doch wie nur Zeit Abspann bei uns mal ein bisschen hier So viele Leute können da doch nicht mitgewirkt haben Aber ich wollte einfach nur den Hauptmodus Den Story-Modus, sag ich mal, hier durchspielen Ohne eine Story zu verstehen Aber das ist ja jetzt nicht so richtig Nebensache Okay Langsam Könnten die jetzt mal hier Das dauert, glaube ich, noch Die Hälfte des Videos ist nur Abspann Verdammt Also das guckt sich wahrscheinlich sowieso keiner mehr an Ich, genau Und Test Äh Wer sich das hier bis zu Ende angegesehen hat Ähm Der schreibt Also wer Muss ja Sonst würdet ihr diesen Kommentar hier nicht hören Der schreibt Bitte In die Kommentare Mein Liebling Captain Awesome Hell yeah Captain Awesome Ich werde dann sehen Ob ihr euch das wirklich bis zum Schluss angetan habt So und verdammt Wir haben nur noch 10 Sekunden Deswegen Ich sag jetzt schon mal Leute Ach genau passend Also Wir sehen uns demnächst Bei irgendwas anderem Kurzen vermutlich Deswegen Hier und jetzt See you next mission Wir sehen uns Wir sehen uns Wir sehen uns Wir sehen uns Vielen Dank.